Schleimkrone, Metallkönigsrüstung, das ist natürlich geil. Ja, wir nehmen sie glaube ich für die Rüstung, da brauchen wir später. Brauchen wir das Flüssige, die kriegen wir auf jeden Fall nicht, ne? Flüssig-Metall-Rüstung, ich glaube die können wir nicht zusammenkräften. Leider nicht, schade. Ich behalte mal das Fenster im Auge. Und dann schauen wir mal hier. Die haben manchmal Kisten, warum ich da nicht ankomme. Komm in der Goldbank. Erbse Zeit, ja dann. Ne, lassen wir mal die 1000 drauf. Ich könnte auch eigentlich 5000 einzahlen. 2, 3, 4, 5. Dann haben wir was da liegen. Hier haben wir Betten. Oh wie geil. Oh, Waffenrüstung allerlei. Wow. Riesenrüstung. Spiegelrüstung. Ich krieg jetzt grad schon einen ab. Der einen Zauber zurück. Die sind gut. Ein Schild, der im Kampf einen Teil seines Trägers wiederherstellt. Top Schild. Denkkappe. Na, für Jessica, okay. Großer Helm. Wir brauchen definitiv Geld. Definitiv. Und das ist nicht zu wenig. Hallöchen. Alter. Drachenklingenspalter. Axt, Frostkling. Au, da ist der Bogen, den ich brauch. Oh mein Gott. Das Beil, ne. Stab der Belebung. Ähm. Ne. Der macht zwei gut, der macht zwei wenige. Er war richtig, eigentlich ganz gut. Hab ich irgendwas im Beutel, was ich los... Ne. Talentring. Ne. Gut, den Eisenherrung. Was bringen wir denn? Ähm. Kann ich denn noch die... Schau mal, ob ich diese... Höllensensor noch weiterverwenden kann. Wenn ja, dann behalte ich die noch. Stäbe, Patsche, Sensor. Nö, die Höllensensor, die brauch ich eigentlich nicht mehr. Kann die AG auch weg? Hm. 75 für so ein A-Band. Hier noch die Kupfermünster weg. 5.000 haben wir auf der Bank. Ne, 6.000 haben wir auf der Bank. Das wäre 13.000. Ah, ich würde sagen, dass ich erstmal vielleicht mich um... ...dem Bogen kümmer um die Waffen. Ach, du Scheiße. Fließendes Kleid. Hier gibt's noch die Felsbombenschlütter. Ist auf jeden Fall ein interessantes Dorf, wo ich wieder extrem viel einkaufen kann. Extrem viel. Was sich glaub ich auch lohnt, hier einzukaufen. Okay. Hier ist ne Schatzkiste hinter. So, das sind Zwergen. Schatzkisten. Wir haben da auch noch einen universellen Schlüssel gehabt. Ah, ich glaube auch nicht. Es gibt doch irgendwo Kisten, wo ich noch nicht war. Ich fahre kurz an der Stierstütze ab. Äh, Schwertdämmerung. Und hartes Metall. Schwert. Schwert. Schwert der Schwerter. Äh, das wäre dann das... Das Schwert der Schwerter ist nämlich mit der Schleimkrone. Was ich aber nicht brauche. Da Flüssigmetall. Schwert. Das möchte ich aber nicht. Die Schleimkrone werde ich verwenden, aber für die Rüstung. Kannst du den Schaf verfrostigen? Kannst du den Schaf verfrostigen? Okay. Dann wissen wir auch Bescheid. Gucken wir mal, ob wir noch mehr wohin gehen können. Aber sicher, da hinten sitzt... Da ist die Kirche. Jetzt gehen wir erstmal oben lang. Mein Häschen. Was? 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 wird damit gehört. Da hat man gewitterlich geworden als der herrer Lloyd, der Tod ist. Okay. Da ist der Hülle, wo ich vielleicht gleich reingehe. Rijia ist das Genehmigung. Okay, die brauchen wir unten fürs Ding. Weil... ... Na, wenn ich die bekommen würde, die Genehmigung. Dann wäre es natürlich interessant. Hmm? Hmm, ja. Wenn ich diese Genehmigung habe und vielleicht Wettbewerb irgendwas aus der Kiste bekomme. Top. Ich feier das gerade ein bisschen. Ich glaube, wir speichern mal hier. Naja. Na sicher. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht abdrücke, weil jetzt ist die Folge noch ein bisschen länger. Wolltet ihr trotzdem weitergehen? Ja, natürlich. So. Dann gehen wir mal in die Höhle rein. Und schauen wir mal, was uns da arbeitet. Vielleicht ist auch Rüjas. Wir haben ja noch ein paar Punkte oder ein paar Dinge, wo ich noch hinfliegen kann. Auf die Insel, wo wir Dolomégos da besiegt haben. Da war ja auch noch ein bisschen oben. Da können wir vielleicht auch noch hin. Hallo. Da. Ah ja. Ah ja. Schön, dass man sich jetzt mal... Ja, sicher. Ja. Das war seine Wiedernacht. Okay. Das war's. Was ist das? Jetzt krieg ich den Schatz. Okay... Ja gut, ich werd jetzt nicht das folgen, dass ich direkt irgendwo hingehe. Ich werd mal alles absuchen. Aber ich kann mal noch einen Punkt nehmen, wie gesagt. Wo es sich lohnt, noch zu landen. Ah, mir gefällt grad das Tal, da gibt's viele solche Sachen. Aber Geld, Geld, Geld ohne Ende. Wir könnten zur Medailleninsel nochmal fliegen. Die... Oh, ist fertig. Die Sachen abgeben. Ach komm. Ne, ich geh noch vorher zurück und schau mich ein bisschen um. Hm... Ah, so viel zu haben wir jetzt gar nicht mehr, ne? Auch noch irgendwo was, was man damit machen kann. Goldring, Sperr, Titanring... Den Eiszapfen durch. Damit war auch irgendwas geplant. Den hatte ich mir auch für irgendwas zurückgelegt. Das ging aber... Wo war das denn? War das bei... Das war... Mh... Zubehör? Nein. Das war, ähm... Mensch. Das war keine Waffe. Das hatte ich mir... So im Kopf gehabt. Das war keine Waffe. Aber... Wo ist es denn? Das war auf jeden Fall was Mächtiges, was sie im Kopf hatte. Also... Es hörte sich auf jeden Fall mächtig an. Der Bogen... Nein. Hm... Kann das... Tut mir leid, dass ich jetzt nachgucken muss, aber... Da flüssiges Kleid. Okay, Zauber. Gut, das brauchen wir dann auch. Da, das Eisschild. Eiszapfendolch. Äh... Könnte man das dann weitermachen? Ne. Es war noch was anderes. Ich bin doch nicht... Blöde. Kuhflein und frische Milch. Haben wir eigentlich Kuhflein und frische Milch? Frische Milch haben wir. Gut. Ja, magische Tierhaut. Rufladen. Wir haben ja so einen Helm bekommen, ne? Und wir würden einen Bullenhelm bekommen. Die wir gut nicht weiterkämpfen könnten, aber wir haben eigentlich einen guten... Helm da wiederhauen. Aber der Eiszapfendolch... Der war doch definitiv was anderes. Das wollen wir mal eben nachschauen. Ihr könnt das jetzt natürlich jetzt nicht sehen, aber... Äh... Ja.